Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leider habe ich mal wieder vergessen das Intro zu drehen, deswegen jetzt hier aus dem Büro. Viel Spaß beim Video. Da habe ich eine weitere Location. Altes Fabrikgebäude. Keine Ahnung was da genau passiert ist. Ich habe keinerlei Informationen für euch. Auf jeden Fall steht das Ding in Thüringen. Also jetzt nicht spektakulär, weil nichts mehr drin steht und so. Also es ist halt eine alte verlassene Fabrikhalle, wo jeder kennt bestimmt. Also auf jeden Fall was ich weiß ist das war eine Metallfabrik. Das war auf jeden Fall eine Metallfabrik. Das ist safe. Hier haben sie Kabel gemacht oder irgendwas. Auf jeden Fall war das hier so wie so eine Art Kanne. Vielleicht haben die auch für die Porzellanfabrik zugearbeitet. Wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall sind wir hier in Thüringen auf einer alten oder beinahe alten Porzellanfabrik und einer Berufsschule. Da waren wir jetzt gerade drin. Also ich habe heute jetzt mal mein Handy dabei und filme mit dem Handy. Also verzeiht mir, wenn die Qualität jetzt dann nicht ganz so geil ist. Aber ja, besser so ein Video als gar kein Video. Auf jeden Fall ist das eine alte Berufsschule und ein Porzellanwerk. Einzig was mir, wie ich gerade gesagt habe, was mir so ein bisschen Gedanken macht ist, dass da daneben steht, Bosch Videoüberwachung, Live-Tracking zur Polizei. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen verunsichert. Gehe ich das Risiko ein und gehe rein. Oder sage ich, okay, straight, das ist mir zu heavy. Da lasse ich die Finger davon. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da bin ich mir noch nicht ganz im Klaren, was ich mache. Das ist schon eine geile Location. Ist wirklich so. Aber hier oben, passt auf, hier steht es. Und da bin ich mir halt jetzt nicht ganz sicher, was ich mache. Hier steht es. Hier steht, Achtung, Live-Tracking. Hier hinten ist der Haupteingang. Ja, mal einen kleinen Blick in rein, kann man schon warten. Ich zeige euch das jetzt mal. Hier die Fenster. Krass, ne? Sehr geil. Also hier reizen würde es mich hier echt total. Ist auf jeden Fall los. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und folgt diesem Kanal. Ein Glocke, ding, ding, ding. Und dann verpasst ihr kein Video mehr.